Ach, du Scheiße, okay. Wow! Ich komme! Spring! Ich spring tatsächlich. Wo bist du, Frau? Kommt jetzt runter, kommt jetzt auch runter. Wow! Alter! Kommt jetzt auch runter? Das hätt ich ungern, hätt ich wirklich ungern. Ich muss hier weg. Wo bin ich denn hier? Ach, wir sind auf dem Floß. Und ich hab einfach nichts. Für was? Fürs hierbleiben. Dass du mich geholt hast. Ich wusste gar nicht, dass Autoren so mutig sind. Das wusste ich allerdings auch nicht. Meinst du, er wird uns den ganzen Weg verfolgen? Darauf kannst du dein Leben verwetten. Was willst du tun? Ihn lassen. Nicht wie ein Monster behandeln. Ihn nicht zu etwas machen, was er nicht ist. Wir sollten alle so schnell wie möglich diese Insel verlassen, Jack. Wir gehören hier nicht hin. Aber das war's doch nicht. Jack! Die Kapitel sind momentan so kurz, ne? Das ist unglaublich. Okay, schau mal, kommen wir jetzt irgendwo hin, wo wir schon mal waren? Gehen wir hier aus dem Weg. Hat es schön belichtet. Oh, nett. Die Sonne, die neigt sich auch langsam dem Horizont. Wie poetisch. Okay, aber hier gibt's wieder... Ah, okay. Komm ruhig raus. Jack! Ich warte nur auf den Schrei von N. Jetzt am Wochenende werde ich auch mal den Film endlich gucken. Ich bin auch schon sehr gespannt. Oh, was ist denn da? Oh, no. Ist auch schön für sie. Ich hab mir lieber so'n Sperr mit. Das find ich sehr nett, dass sie mir einfach den Weg leitet. Und dass es auch einfach funktioniert. Werd nur nicht angegriffen, okay? Boah! Haben die jetzt aufgegessen? Ich will auch so'n Move machen können. Was ist eigentlich in der Tasche? Da. Tick-Tack. Ja, und jetzt? Oh! Schuh, 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 schuh. Ist er jetzt weg? Geh mal ein bisschen jagen. Nicht uns! Der hat uns doch schon gesehen. Ja, toll. Was soll ich denn jetzt? Du schaffst es nicht. Auf hier rumzuhelfen, ey. Hier, haltet durch. Ich muss jetzt hier irgendwas töten oder garantieren, oder? Fug, 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 fug. Ich hätte noch keine Waffen, Mann! Ich hätte doch... Gib mal bitte den... Gib doch mal bitte... Ich bin grad ein bisschen überfordert, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich kann hier... Todesmutig einfach irgendwo hinrennen. Und sterben. Ah! Okay, okay, okay. Ich geh erstmal hoch. Check hier mal die Lage. Jetzt hab ich hier mal irgendwo Dornen gestritten. Und hier kann ich auch gucken. Okay. Was machst du da? Hast du Schlüpfen, oder was? Und sich alles wieder niesen. Ich sag mal, du kannst gern eine Frau erstmal haben. Der frisst irgendwas anderes jetzt. Ah, hier ist nichts, was ich... Was es sich lohnen würde, abzufackeln, oder? Okay. Ich bin grad ein bisschen überfordert. Gebe ich zu. Wollen wir mal das da ab? Okay, das war auch einfach das winzige Löse. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm, renn in den Busch rein, damit du stehst. Das ist jetzt ein Waffe. Oh mein Gott, okay, okay, okay. Löschte dich. Erlische! Ohne? Ach, der Schrei. Oh! Okay. Guter Vorschlag. Ja, er ist flüstert und dann schreit sie mich hier an, oder was? Das ist schon cool gemacht, muss ich sagen. Zwei ein bisschen stumpf, sag ich mal, aber... Oh, und Kapitel ist schon wieder... Schon wieder zu Ende? Krass. Ja, wundervoll. Jetzt machen wir hier direkt was mit. Alter, es sieht doch voll nach Waffen aus, bitte dich. Aber wenn es so weitergeht, wir kommen schon richtig krass Richtung Finale, also von der Anzahl der Kapitel, die dir jetzt noch fehlen würden. Okay. Ja, wir sind noch nicht gut. Genau dieses Schrein hab ich so vermissen, ne? Komm ich mit dem Ziel wieder raus und verwerf dich nochmal damit. Ist geil, ne? Und er will aber auch einfach noch nicht. Er lebt noch, ja, ja. Bist du jetzt endlich tot? Danke, vielen Dank. Ah, okay, alles klar. Oh, den hatten wir schon lange nicht mehr, diesen Trick. Also dieses... Möchte gern Geheimnis. Wenn ich das so nennen darf. Ach, komm. Ich will dich pieken. Oh nein. Ja, toll. Die haben uns aber leider schon gewittert. Ach, das sind nur die Kleinen. Das ist in Ordnung. So. Doud! Is er. Doud! Ich höre doch was. Was mir überhaupt nicht gefällt. Oh, scheiße. End, wo gehst du denn hin? Oh mein Gott. Oh, oh. Fuck. Alter. Okay, alles klar. Ich hab verstanden. Du willst noch nicht sterben. Ist okay. Ich muss irgendwie nachvollziehen. Diese Rumgegliedsche mit seinem kleinen Ärmchen. Süß. Boah, ich bin doch schon dabei, Frau. Bleib doch mal cool. Ja, ich bin verwundet und läuft weg hier, ne? Ich muss schon auch... Uh, der Mund hat mir nicht Angst gemacht. Ich hab schon auch so einen, der sich immer vor dem Sport gedrückt hat. Ach so, Entschuldigung. Du wolltest nur essen. Ich tue mir leid. Erzhaft. So. Okay. Weiter geht's. Ist das am Ende nochmal eine schöne Survival-Round, oder was? Nicht, lass die Frau in Ruhe. Ich brauche sie noch. Mensch, ihr müsst doch nicht aussterben. Oh, fuck. So, okay. Hier machen wir auch noch Platz. Sperr im Hals. Ach so, da müssen wir hin. Okay. Ich würde diese ganzen Höhlen-Spalten gar nicht sehen, wenn sie nicht hier wären. Deswegen vielen Dank, dass es dich gibt, Anne. Das ist ja auch nochmal ein Kapitel, Anne, ey. Ist das gerade was langgeflogen, oder so? Oder war es gucken? Das war schon geil, als ich schon in der ersten Aufnahme gesagt habe. Ja, wir sind ja gleich, äh. Oh, toll. Na super. Wo bist du, Anne? Wo bist du? Ich hoffe auch nicht, dass du da im Gras bist. Aber sie ist auch hier nirgends. Äh. Ja, warten wir mal, bis das, bis es wieder aus ist, das Feuer. Ach komm schon. Die wurde es bestimmt wieder entführt und, ach. Ach nee, die ist noch hier. Ich hab sie gar nicht gesehen. Ja, ja. Ja, ja. Boah, haben die hier einen Gentling gegangen, oder was? Stopp! Stopp, Frau! Bleib doch mal stehen, ey. Ja, und Kapitel Ende. Ich bin so kurz hier gerade, ne? Unglaublich. Okay. Weil ich, ich, jetzt haben wir 40 Minuten, ne? Ich glaube, in den letzten 15 Minuten, was ich fürs zweite von heute gebraucht hatte, hab ich ungefähr acht Stück gefühlt geschafft. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Feuer hierfür. Ja, das hab ich verstanden. Hier ist überall Gestrüpp. Echt? Also, diese, diese kleinen Rätselanlagen, die sind schon... Ach, ja. Den naheliegendsten im wirklichen wahrsten Sinne des Wolves hab ich einfach nicht gesehen. So. Ach, nein. Raubt man mich jetzt nicht so'n Bock? Echt nicht. Weil diese Mann wirklich nicht so gut. Wäre es jetzt einfach sinnvoller gewesen, hier erstmal zu warten, bis sie das hier alles anbrennen? Brennst du auch? Also, sie lächelt mich immer noch an. Das ist doch schön. Äh, wohin denn jetzt, Frau? Ich mach erstmal das ganze Gestrüpp hier weg. Ah, ich glaube, die Zeit wird nicht unser Problem sein. Ja, ey. Die hat die ganze Zeit den Mund so'n bisschen offen. Äh. So Kylie Minogue-mäßig. Ähm. Ist das ein Schalters? Ja, nicht. Okay. Also, bisher hab ich das Level hier noch nicht so ganz verstanden. Echt nicht. Muss ich hier überhaupt lang? Es gab ja zig Wege. Das ist einfach nur Holz. Oh, das Ding als Waffe. Okay, das könnte ich wahrscheinlich nicht allzu weit werfen. Das heißt, ich bin so'n Baumstamm-Weitwerfer. Gibt's ja wirklich, ne? Diese Sportart, wenn man's so nennen kann. So, ich bin hier einmal im Kreis geratet. Gut denn, ist gut. Guck, hier der fette... Nee, ne? Also, da... Wenn ich... Ich hoffe mal, ich kam nachher. Äh, ich glaub, ich kam nachher wirklich her. Okay. Wo muss ich denn hier lachen? Es ist schon so linear, ne? Und ich bin immer noch überfordert. Das ist hart. Bis hier. Ech, ech. Ach, komm, also das war auch ne gute Idee. Okay. Ich komm jetzt tatsächlich weiter. Ach, da bist du ja. Die sagt auch nix, ne? Die wartet dann einfach wirklich geduldig. Das ist ungefähr zwei Stunden her, ne? Mädel. Aber ist nicht schlimm. Da ist ja was in den Haaren. Ah, ah, sie hat auch einen Brennenstock. Das ist gut. Wo müssen wir denn hin? Zum Stuhl? Vielleicht durch, ohne gesehen zu werden. Das ist unsere einzige Chance, zurück zum Schiff zu gelangen. Ich hab eine Idee. Komm mit, Jack. Die ist doch wieder zurück. Hierher, Jack. Ja, ich bin auch schon da. Beweg dich nicht vom Fleck. Ich suche nach einem Seil oder Breit, um dir zu helfen. Wo drauf läuft die da? Also, jetzt ist bekannt, aber... Es gibt da etwas, was ich dir sagen möchte. Was willst du mir sagen? Ich will dich danken. Ich weiß auch nicht, was sie vorhatte. Ganz ehrlich. Warum ist hier jetzt Lava? Aber echt, ohne Scheiß. Wie dumm kann man sein, ne? Wenn man einfach mal bedenkt. Man wurde schon bereits von den Menschen gesehen. Draußen im Motorrad. Man wurde bereits von den Menschen, also von den Eingeborenen gesehen. Und begibt sich dann in deren Territorium. Territorium, genau. Terrarium. Bombs. Kaputt machen. Existenzen zerstören. Alter, verschränkig. Du sollst alles eigentlich mit einmal kaputt machen. Dankeschön. Jetzt ist es auf jeden Fall vorkommsterecht, dass die Angst haben. Achso, genau. Ich muss erst mal den hier machen. Ach komm. Gut, das waren schon ein paar Sperre. Das kann wirklich weh. So. Geh mal durch. Wirklich, War of the Monsters, ey. Da hab ich ja echt ein bisschen Bock drauf. Ich kann, ich, dann darf das einfach noch nicht zerstören, okay? Oh, ich seh noch nix mehr. Also mit King Kong, also mit Kong selbst ist das richtig schrecklich, wenn man getroffen wurde. Das ist wirklich gar nichts krass. War hier, hab ich jetzt was kaputt gemacht? War's gut? Oh, geh mal, bist du schrecklich. Okay. Ich scheint da eben nicht ranzukommen, wo ich eigentlich hin soll. Oder man kann, ah, guck mal, ich kann ja auch nicht mehr. Mein Fehler. Kann ich jetzt hier klettern, ne? Wichtig. So. Nicht, fall nicht runter, nur weil du Schmerzen hast. Ja. Hallo. Und zack. Weg mit euch. Also, cool ist auch, dass sie halt wirklich nicht allzu lang sind, weil es hat auch schon jemand von euch berechtigterweise geschrieben, ähm, dass die Kong-Sequenzen relativ eintönig sind. Aber wie gesagt, die gehen wirklich meistens relativ kurz. Das einzige schwierige mit dem Kong war eigentlich auch, boah, oh, das ist doch nicht standard. Nichts.